Wir sind wahrscheinlich in unserem neuen Schloss. Da muss ich wohl noch so eine kleine Zwischenfolge irgendwo in schieben. Kannst du ja ein Speed-Ding machen, das dauert nur fünf Minuten. Hey, wir ziehen um. Alter, ob der Tür ist. Wild. Wir haben noch eine Hände. Okay. Ah fuck, ich hab der Bär nicht. Ich schon, ich hab den. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, aber der zorgt in die Richtung. Ja, der müsste eigentlich in die Richtung unserer Base zogen, oder? Also nach Ost-Süden. Süd-Osten, ja. Aber wo könnte er da sehen? Vanditen zogen? Ich meine, rechts. Der noch vielleicht. Irgendwo da. Heilige Berge oder sowas. Ist gar irgendwo eine Höhle. Wer ist da vielleicht? Äh, ja. Er muss erst mal da hinein zoomen. Oder da könnte er auch sehen. Du musst zum Teleportieren halten. Da, oder da. die Schraube, ja. Schwumm, wumm, wumm, wumm. Schwumm, wumm, wumm, wumm. Wie klingt das, wenn jemand auf die Enterprise teleportiert wird? Komm schon, Effektsprecher, ich höre. Man muss sich auch innerlich vorbereiten. So, war doch gut. Ja, super. Hallo. Warte, jetzt habe ich den Blutpfad verloren. Vielleicht kommt da mal irgendwann wieder. Ah doch, da. Ja, vor da, vor da, so. Welche Richtung rennen wir denn? Ah, okay. Ah ja, das Eck wahrscheinlich, da wo man noch nennt. Das decken wir auch grad irgendwo. Ah ja, so. Also dann doch da drunter drunter. Aber da nicht, König. Da oben ist der Höhlenausgang. Okay. Ist fix auf der anderen Seite. Oh mein. Da ist der Eingang. Das wird jetzt gleich stark. Das ist ja gleich kack, ja. Ja, der wird, manch, der hockt in einem freien Feld. Dann haben wir gleich mal. Ja, das sehe ich, da links hinein ist so, dass wir eine Höhle. Links wie ein Berg und dann wird er auf den Berg und in den Berg hocken. Auf den Berg, in den Berg, um den Berg. Ja. 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 Da ist nur er da. Entschuldigung. Ich möchte eigentlich da nur die Tropide haben. Und dann bin ich auch schon wieder weg, ne. Ich lag jetzt aber nicht so freundlich. Ja. Schaut was wie ein wilder Bär. Äh. Aber ich bin auch ein wilder Bär. Ja. Piu, piu. Komm, ich blocken, ich blocken. Na, maaaas. Klassik, kein. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Ja. Ja, ich hab's nur getracht. Das ist viel für den Server. Ja, ja. Au. Können, da sind die Ulti. Ulti! Batsch. Hey, das macht trotzdem damage. Okay, frech. Frech. Die Ulti nur gleich mal. Boom. Oh, ey. Das ist Abbruch. Nice. Sweet Symphonie. Ja, der ist ja... Ja, der ist ja... Ja, der ist ja... Na, kann der mit das gemacht. Hat der die gleiche Moves drauf? Wie der vorige. Oder wie mir. Ah, ja. Wie C-Druck. Der hat mal loggered den Dash gemacht. Was machst du da? Oh, das haben wir getroffen. Ja, die ist... Ja, die ist... Ich hab vorher die ganze Blocker. Ja, die Spezialfächer hat mich vorher da getroffen. Ja, wie schnell ist er? Ja, ich komm ihm nicht mal nach. Okay, wir haben da viel länger einen cooldown rufen, was soll denn das? Ja, das kann ich nicht dodgen. Ja, wie oft noch. So nicht. Haha. Ja, die Barriere ist... Einfach bangen, sagen wir, wie es ist. Ach! Ehhh, hallo! Uhhh, kurz mal ein bisschen lieb. Was ist denn? Ich bin nicht so schlecht. Tiu! Tiu! Wer will mich? Komm so, ich hab gleich wieder Ulti. Au. Ah, ich hab mein Menü auf der... Ui. Jetzt ist er gleich vor. Uiuiui. Ah, eins gegen eins. Kommt ihr jetzt? Voller Angriff. Er kann grad nicht, kann grad nicht. Kann grad nicht. Verräg jetzt hier. Huch. Easy peasy. Aber ich hab ne 71 HP. What? Dir haut's herunter, Knochen. Beflecktet. Herz. So, jetzt sagt er was. Wronger. Hallo! Ich hab da auch was. Ich hab aber ein kleiner Bär. Ui, bist du ein Bububär. Alter. Greif mit deiner Pfote an, um Schaden zu verursachen und deinen Freien zurückzuspusten. Ja? Verstampfen auf den Boden, um dem Ziel, den Schaden zuzufügen. Kann verwendet werden, um gewaltige Ressourcenobjekte wie massive Felsen zu stören. Auf diesen Angriff. Schörte Objekte liefern keine Ressourcen. Hä? Ja. Ja. Aber für was? Falls was der Weg versperrt oder was? Ja. Du hast aber, wenn ich das da jetzt angriff. Na, wenn du so angriffst. Wow. Enttäuschend. Ja. Der Stein ist aber noch zu Hause gewesen. Ja, der ist schon außen gefallen. Ja, der ist schon ein bisschen schneller. Super, Künü. Oh nein. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller. Ja. Oh ja. Oh. Hä? Warum ist der so? Boah. Der hat ihn gerade weggefallen. Ja, wir haben gerade einen Bitslap hier. Oh, Sonne. Oh, Sonne. Oh, Sonne. Oh, Sonne. Oh, Sonne. Der ist ja langsamer, der Bier. Äh. Das haben wir mit dem Schwert da ne. Au. Spieler. Nicht mit. Vegetation. Ihr hättet's mit der Exter gemohnt. Ah. Guck. Natürlich, ich freue mich. Klar. Ja, ne. Holt du's. Der Bitslap ist wirklich anders, ne? Ah, ich bin gefeselt. Bitte nicht. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Haha, der hat mich oben wegge- Weckge-Bitslap. Oh, ich hab aus Versehen meine Barriere wieder abgebaut. Ja, hallo. So nicht. Feuerbluten sammeln. Wuuu. Ganz viel Holz. Das ist das. Sauerlinien. Oh shit, der hab kein Blut mehr. Das ist vielleicht da da oben. Ja, das war ich. Das war ja simpel König. Na, mach halt die. Oder der gefürchtete Gipf. Ein unerreichbarer Gipf für jene ohne Flut. Ah, vielleicht. Ist ja klar, wenn man Fleder maus sieht. Nein, ich will nicht töten. Nein, ich wollte nichts. Ich wollte dann saugen. Du kannst ja saugen. 1% Kreatur. Jawohl. Zum Glück hat er 43% Wolf tötet. Ah, nein. Sonst perfekt. Na, das war das. Der Bär halt. Ja, nur der Bär. Gut. Der Bär fürchtete Gipf. Aber da werden wir nicht rufen. Ach so, ja. Ich komm zwar ein bisschen rufen, aber weiter. Geht's. Ich hab das ja gedacht. Du machst keine Zahle, oder? Keine Damage-Zahle. Nein. Warum hab ich ja Damage gemacht. jetzt manchmal droppt es dann schon können wir uns erzählen wieder klopfen ein weg machen laufen wir uns heute verweichern was wir mitnehmen können also hätte ich soll ja also oder willst du teleportieren ich habe so viele waren schon wieder dabei wir sind unser umzugsunternehmen nennen wolf und wolfgang wir sind schon fast da da ist wieder so ein armer einzelner wir sind wieder da geht es mal fritt er sehr gemüsst man aber damit man das überhaupt respawnen können ja stimmt ja also ein blödsinn und sich eine der steinstaub wo man sich ja ohne nutrose kann man oder räten sind sicher gut so mit herzen sind sehr gut so mitnehmen die fette grund dauerlidien ob ich jetzt war damit ja kann man so Die Schupp nehme ich noch mit. Ich glaube, ich habe eh schon. Opfererz. Nimmst du Silber auch noch mit? Nein. Aber man könnte Dinos auch mitnehmen. Oh, wir können jetzt so ein Eisenarmbruch machen, das habe ich noch gar nicht gesehen. 20 Eisenbahnen, 16 Bretter. Oh, cool. Die Upgradete Keule haben wir noch gar nicht. Das Schwert habe ich noch nicht upgraded. Ist ja gar nicht zu teuer eigentlich dann zum Upgraden. Muss ich mal machen. So, immer der Sarg leeren vom Diener. Und dann... Und dann... Auf der anderen Seite... Als wahrscheinlich könnte man ihn für 75% zumindest... Äh, restoren. Oh... Weil der Dinos auch... Oh, der braucht also verbesserte Blutessenz. Äh... Ähm... 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 Äh... Ähm... hebt also wieder mal putzen dazwischen ja wenn das der lehrgott